Herzlich Willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Komplette Stille. Sehr schön. Ich habe hier bei mir die Selin. Und die Selin habe ich heute mehr oder weniger überredet für die Übung. Hat sie noch nie gemacht und ist gleich mal was ziemlich Zehrendes. Es sind zwei Übungen in Kombination. Trainieren wir auch hier so mit unseren Leuten, die so ein bisschen ambitionierter sind. Wir haben hier auf dem Boden eine Langhandel liegen. 15 Kilo und wir machen Sumo Deadlift High Pull. Das ist die erste Übung. 15 Wiederholungen und gehen dann direkt rüber zu einer Push Press mit der Langhandelstange. Auch hier 15 Wiederholungen. Alles beide im Supersatz und es ist kraftausdauermäßig ziemlich übel. Wir machen einen Durchgang. Normalerweise vier Durchgänge mit jeweils 15 Wiederholungen und einer Minute Pause. So, lange Reden, kurzer Sinn. Du darfst. Genau. Breiter Stand. Der Sumo Stand. Und 15 Wiederholungen. Kreuzigen und mit hochziehen. Eins. Jawohl. Genau. So, kurz durchatmen, ein bisschen breiter greifen. Ein bisschen enger stehen. Guck, das ist metrisch. Okay, einmal rum. Jawohl. Elbogen ein bisschen nach vorne. Ja. Und die Push Press. 15 Stück. Eins. Zwo. Jawohl. Das ist jetzt gut. Drei. Vier. Und fünf. Sehr gut. Sechs. Super. Neun. Und durchkreisen. Zehn. Fünf Stück noch. Elf. Eins. Zwo. Zwölf. Dreizehn. Jetzt ist der letzte. 15. Super. Okay. Hey, für das erste Mal richtig, richtig gut. Okay. Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Uselin. Viel Spaß beim Nachmachen. Ja. Vielen Dank. 大